Moin boin die Nasen, wir hoffen euch geht's gut. Wir sind Sophie und Luke und wir sind letzte Woche in Norwegen gelandet, hatten dann aber relativ schnell Probleme. Sophies Motorrad Bambi wollte einfach nicht mehr anspringen, wir haben zwei Tage auf den ADAC gewartet, niemand kam, wir waren sogar bei einer Schneemobilwerkstatt, die uns leider auch nicht weiterhelfen konnte. In diesem Video reicht's uns und wir fahren nach Oslo, um das Problem irgendwie selbst zu beheben. Es war spannend. Wir warten am nächsten Morgen um kurz vor sechs auf, um pünktlich nach Oslo zu kommen. Das war schon schön hier, ne? Oslo war von unserem Standpunkt aus ungefähr drei bis fünf Stunden entfernt, je nachdem, was für eine Route man nimmt. Wir hatten außerdem gehofft, dass das Motorrad irgendwie auf magische Art und Weise selbst anspringen würde, tat es aber dann letzten Endes nicht. Auf ein neues! Also mussten wir Sophies Motorrad Bambi wieder schieben und bekamen Flashbacks zum Vortag. Wir hatten außerdem inzwischen schon Oberschenkel wie Usain Bolt. Aber die Stimmung war eigentlich ziemlich gut, denn wir waren zuversichtlich, das Problem irgendwie in der Werkstatt in Oslo lösen zu können. Was auch immer ist letzten Endes wahr. Du musst jetzt das Gas halten, okay? Sonst geht sie aus, weil sie zu kalt ist. Wir haben uns sicherlich auch viele Freunde auf dem Campingplatz gemacht, da wir morgens bei unserer Aktion einfach die ganze Zeit auf dem Gas bleiben mussten, damit das Motorrad nicht ausging. Wir hatten 227 Kilometer vor uns. Die Stimmung war gut und wir waren zuversichtlich, dass wir es irgendwie nach Oslo schaffen würden, auch wenn wir keine Ahnung hatten, wie wir das Problem bezahlen sollten. Aber darum sollten wir uns erst später kümmern. Woran wir natürlich vorher nicht gedacht haben war, wir müssen noch tanken und tanken darf man nur mit ausgeschaltetem Motor. Übrigens, falls ihr die anderen Folgen sehen wollt, checkt mal den Channel ab und lasst ein Abo da, falls euch der Spaß gefällt. Ich schieb dich da hoch und dann fahren wir von da, okay? Ich hab Angst runterzufallen. Okay, dann mach ich. Also wieder schieben und jedes Mal die Angst dabei haben, dass das Motorrad doch irgendwie nicht wieder angehen würde. So, Pause mit laufendem Motor. Ja, es ist schon scheiße. Auch hier sind so Wohnhäuser und so. Aber mein Gott, das ist jetzt das letzte Stück nach Oslo. Ja, lass das am besten einfach nicht Greta sehen. Oder wenn wir eh schon dabei sind. Mutti? Wir kamen also Oslo immer näher und das erfüllte uns irgendwie mit Hoffnung. Doch dann wenige Kilometer vor dem Ziel passierte etwas. Es hat auf einmal die Batterieleuchte geleuchtet und jetzt ist ganz ausgegangen während der Fahrt. Ganz hüft? Ja. Wie lange haben wir noch? Noch 10 Minuten. Ey, jetzt kann doch nicht wahr sein. Lass doch da den Hang nutzen zum Starten. Du willst sie jetzt einfach mal... Ja, was willst du denn machen? Willst du... Dass sie anrufen. Dass sie uns holen oder was? Ja. Die Straße geht doch jetzt nicht mehr. Die geht gleich wieder aus. In den vollgestopften Straßen von Oslo wollte Sophie dann doch lieber nicht mit einem Motorrad fahren, dass sie jede Sekunde im Stich lassen könnte. Irgendwo verständlich. Ah, fucking hell, Alter. So knapp vom Ziel. Dann fängt gleich wieder aus. Geht nicht 100% So, wir sind auch mal liegen geblieben und zwar jetzt wahrscheinlich final. 10 Minuten vor der Werkstatt. Ja, beim Pan ist es ausgegangen. Ja, jetzt geht gar nichts mehr. Wir haben wirklich nur 10 Minuten zur Werkstatt. Die Werkstatt kann uns nicht holen. Die Versicherung, da haben wir keinen Pannendienst abgeschlossen. ADAC versuchen wir jetzt zum 20. Mal zu erreichen. Wir sind mitten in Oslo. Wenn sie es jetzt nicht auf die Reihe kriegen, dann weiß ich auch nicht, wie sie in irgendeiner Form irgendjemandem helfen wollen. Ja, wir geben denen jetzt, wir scheißen jetzt zusammen und sagen denen, Alter, wir sind 10 Minuten. Ich bin so nah am Wasser gebaut. Ich kann ihn nicht. Ja, wir scheißen jetzt gemeinsam zusammen. Okay. Zu diesem Zeitpunkt warteten wir schon drei Tage auf Unterstützung vom ADAC. Wir hatten den Hals gestrichen voll. So, wie ist die Stimmung? Klasse. Also wir haben jetzt nochmal den ADAC angerufen. Ich bin jetzt mal gespannt. Als ich fragen wollte, wie lange das dauert, hat der aufgeregt. Also schauen wir mal. Mit dem Drecksladen konnten wir also wieder nicht rechnen und wir nahmen die Sache selbst in die Hand. Genau als ich aber losfahren wollte, kam tatsächlich doch jemand. Nur natürlich leider kein Abschlepper, wie wir es ursprünglich bestellt haben, sondern nur ein Mann, der uns sagte, ja stimmt, ihr braucht einen Abschlepper. Grandioser Service. Also es war gerade einer da, der hat die Batterie getestet. Es scheint so, als wäre es nicht nur die Batterie. Es ging auch nicht an, wenn er Strom hinzugefügt hat. Und anscheinend er hat gesagt, das ist irgendwas an der Engine. Eine Stunde bevor unsere Werkstatt in Oslo zumachen würde, kam dann tatsächlich doch noch ein Abschlepper. Vielleicht würden wir es tatsächlich doch noch zur Werkstatt schaffen und das Problem vor dem Wochenende fixen können. Für mich war in der Karre kein Platz, deshalb fuhr ich schon mal vor und warnte die Werkstatt vor. Die hatten inzwischen nicht mehr mit uns gerechnet und waren schon beim Zusammenpacken. Ich kämpfte mich dann durch den wunderschönen Oslo-Stadtverkehr. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich gerade, das nochmal anzugucken im Nachhinein. Ich möchte nie wieder auf diesen Tag zurückspringen. Ich kam um Punkt 17 Uhr in der Werkstatt an. Die machten eigentlich gerade zu, aber ich flehte den Chef an, bitte noch ein paar Minuten zu warten. Sophie würde jeden Moment kommen. Und sie kam tatsächlich auch. Die machen es noch jetzt. Also sie bauen die Batterie jetzt ein und dann gucken sie, ob es funktioniert. Also die Mühle abladen und dann einfach nur noch hoffen. Die Werkstatt wollte die Batterie auswechseln und dann gucken, ob das Problem behoben sei. Mal schauen. Wir sitzen gerade vor der Werkstatt und wir hören hinter den geschlossenen Toren, so ein Bike. Aber jetzt ist die Frage, läuft es nur, weil er gerade irgendwas angeschlossen hat? Weil es in irgendeiner Form Saft hinzufügt oder sowas? Oder läuft sie wirklich? Hm. Auf einmal konnten wir wieder den Herzschlag von Bambi hören. Herrlich. So, ihr Bike läuft wieder. Wir fahren jetzt zum Hotel. Kostet 100 Euro oder sowas. Okay. Der Grund, warum wir jetzt nicht aus Oslo rausfahren, ist ganz einfach. Wir wollen morgen die Kabel zur Batterie säubern lassen. Die sind korrodiert. Das Ganze hat jetzt neue Batterie plus Arbeitszeit. Das war der Harley Davidson Boss hier in Oslo. Das war der Chef nach Öffnungszeiten. Die waren schon zu. Hat nur 110 Euro gekostet. Mit Altbatterieentsorgung, mit allem drum und dran. Also schon voll solide. Ich glaube, der hat uns gesehen und ich dachte, die haben eh kein Geld. Naja, jetzt geht's zum Hotel. Let's go. Drei Minuten. Einen Kilometer zum Hotel. Vier-Sterne-Hotel mit Frühstück gegenüber vom McDonalds, wo es das Abendessen gibt. Oh. Herrlich. Herrlich. Can't handle. Ich bin wirklich, ich bin so fertig. Das hat mich so mitgenommen alles. Ich dachte, ich habe schon meinen Urlaub schwinden sehen. Wirklich. Aaaaaaah. Da läuft es. Bambi. Okay, ich fahr vor. Wir müssen hier lang, habe ich bald gemerkt. Love you. Doch nicht. Das ist alles. Wieder beim alten. Oh mein Gott, ich war glaube ich schon nie so glücklich in meinem Leben. Scheiße. Nimm dir dein eigener, du zahlst auch. Ja und? Wir brauchen nicht so viel. Wir zahlen dafür Geld. Ja und? Ich bewege mich jetzt nicht mehr. So. I arrived. Ist vielleicht ein Unmensch. Wieso? Sie hat gesagt, we can pay. Also müssen wir hier nochmal Parking bezahlen. Oh, wir müssen bezahlen. Ja. Deswegen sage ich, park dir bis zu weit. We made it. Also ging es ab in den Aufzug und auf unser Zimmer. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unglaublich glücklich wir waren, nach drei Tagen endlich das Problem behoben zu haben. So. Das war halt einer der schlimmsten Tage in meinem Leben, glaube ich. Das war so schlimm. Na ja, jetzt frisch geduscht. Unten ist auch gleich ein McDonalds. Hier ist schon Frühstück mit drin. 100 Euro im Zentrum von Oslo. Mein Gott. Wir hatten jetzt echt keinen Bock da noch großartig irgendwie wieder campen. Das Zelt ist auch noch nass und so weiter. Das müssen wir noch rausholen. Morgen früh geht es nochmal zu den Jungs von Harley Davidson. Die reinigen uns nochmal die Kabel, die Connections zu den Batterien. Und dann geht es endlich Richtung Norden und dann müssen wir mal gucken, was uns Kalimoto da irgendwie zusammenrechnet. Deswegen gucken wir jetzt mal, wie das läuft. Aber jetzt gibt es erstmal frische Klamotten, was geiles zu essen und viel Schlaf auf einer guten Matratze, ey. Boah. Hammer. Runetour. Meng, wie ist die Stimmung? Klasse. Hunger. Wo geht es jetzt hin? McDonalds. McDonalds, weil wir stehen auch für gute Ernährung und wir sind sowieso so im Einklang der Natur und deswegen haben wir gedacht McDonalds passt ja ganz gut. Tschüss. Cheeseburger. Cheeseburger. Cheeseburger.